Auf der EDS viele Weiterentwicklungen in der Endodontie. An meiner Seite nun Endodontie-Spezialist Alexander Schuppeter. Welche Entwicklungen in Sachen Endodontie sind denn auf der EDS besonders spannend? Ganz besonders spannend sind natürlich unsere Produkte von der Gendo, die wir jetzt hier einmal vorgestellt haben und die Kunden direkt vor Ort einmal präsentieren können. Sie als Spezialist haben ja tagtäglich Kontakt mit endodontisch tätigen Zahnärzten. Wie werden denn die Produkte von Edge Endo wahrgenommen? Sehr positiv. Also wir haben viele Gespräche geführt im letzten Jahr mit Spezialisten, mit Zahnärzten. Es ist natürlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Der Zahnarzt macht bereits sehr gute Endos. Er ist sehr gut versorgt mit seinem Endosystem. Das, was Edge Endo aus Amerika zu uns rübergebracht hat, ist tatsächlich auch das, was der Zahnarzt sich wünscht. Er wünscht sich Sicherheit, er wünscht Vereinfachung, er wünscht sich eine gewisse Flexibilität, Kostenersparnis. Und das können wir Ihnen halt mit Edge Endo wirklich nahe bringen. Also das können wir Ihnen zeigen und zwar bieten. Nun sind ja die neuen Feilensysteme in Deutschland noch nicht erhältlich. Dürfen wir aber vom Henry Scheinberg schon mal einen Blick drauf werfen? Ja, wir freuen uns besonders dieses Jahr, die Erweiterung von unserem Portfolio einmal darstellen zu können. Wir haben einmal hier ein neues Rezipopens-Feilensystem, wir haben ein neues rotierendes Feilensystem und worüber uns Sie sehr freuen, wir haben eine Erweiterung von unserem klassischen E7-System. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also, Endo gut, alles gut.